Ich bin heute auch ganz allein, so wieder... Awww... Ja... Es ist auch gut, dass ihr da seid. Aber manchmal haben wir so... Weißt du, da hab ich ein bisschen Angst. Wir sind bei dir. Und ich hab auch ein bisschen Angst, weil... Ihr seid heute... Ich muss euch sagen, ihr seid Versuchskaninchen. Ihr seid heute Versuchskaninchen, weil heute mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Uh! Ich hab... Ich spiele alleine. Ich spiele alleine. Und... Gut, aber das wollte ich auch nicht. Bei den Auftritt erzählst du immer, du bist das beste Publikum. Das stimmt ja. Aber... Ich spiele heute trotzdem was, was ich noch nie gemacht habe, live. Und zwar, wie wir im Schwaben sagen, Originalis, also selber geschriebene Sachen. Ja! Ja! Und... Und das ist ja... Das ist ja heuglich Sache, weil... Da gibst du ja dein Herzblut rein, und dann... singst du das. Und dann sagen die... Pfff... So was. Und das geht mit meinem Wasch, das geht mir schon ans Herz, weil ich bin ja so siehend. Das macht mir trotzdem. Ja. Also wenn's euch nicht gefällt, ja, dann klatschen trotzdem. Beim ersten Lied, beim ersten Lied, ich muss jetzt ein bisschen vielleicht aushören, und muss auch gleich um Entschuldigung bitten, wer mag denn Kuttler? Du gibst... Ja! Komm drauf, also ich out mich jetzt mal, ich bin nicht der Fan, ja. Und ich weiß, bei uns, ich schaffe ja in einer kleinen Firma, mal nach oben kochen. Da gibt's ja immer, einmal im Monat meistens, saure Kuttler. Und viele, die gingen dann auch, und die reagieren durch, das ist wie Linz und Spätzl. Wobei Linz und Spätzl okay ist, ja. Aber... Kuttler war noch nie mein Ding. Und... Neulich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, da hat's mir das Traum, ich schreibe und sage über Kuttler. Das... Das hört ihr jetzt. Und ich hoffe, ihr verspüren, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich hab den Text auch noch nicht ganz so im Schädel drinnen, aber... Ähm... Wenn es verkackt, dann fang ich nochmal von vorne an, gell? Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Das kriegst dann schon wieder. Also... Gut. Heim geht's Kuttler! Heu ist der Song und ähm... Wie gesagt, Premiere hier in... Röslind! Wo sind wir uns so? Wuuuuh! Musik Ich arbeite rund um einen neuen Bus und frag mal Frau, was gibt's denn, hey? Ich sage, wo ist es denn, wie gibt's, was gibt's denn, hey, man gibt wieder frei. Ich habe ein Mensch und gab es Spaß, ein ungelbog, da habe ich einen Bus und ich habe zu tun, hey, es ist gut, 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 hey, es ist gut. Ich sage, spinnst du zu meiner Frau, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Zwiebel, Rösch, Brotter und Spitzle, Natur, das magst du morgen hoch. Ich sage, wo ist es gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut. Ich sage, wo ist es gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut. Ich sage, wo ist es gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut, hey, es ist gut. Ich sage, wo ist es gut, hey, es ist 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 gut, hey, es Komm ich an den Restaurant, gut, was sind für mich, echter Blau Wenn du hörst, sammerst, so wollen wir abhören In irgendeiner Kneipe, bräuch mir am Morgen die Kaffee-Rieferie Was gibt's denn heute? Heute gibt's Kutter! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja, es geht so gut, Mensch, jetzt kann ich auch meinen Hals durchweg machen, trotz Ich hab noch mal einen Song auf der Maultasche, aber der ist schon fertig, aber ich hab noch mal einen Song, noch mal einen Song, noch mal einen Song, noch mal einen Song.